Herzlich willkommen bei MUTIGMACHER TV. Wir haben heute einen besonders tollen Gast, nämlich Daniele Ganser. Ich freue mich, dass du hier bist. Hallo Daniele. Hallo Hardy, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, Daniele, die meisten werden dich kennen. Ich stelle dich trotzdem noch mal ganz kurz vor. Du kommst aus der Schweiz und bist Historiker und Friedensforscher. Bist genau wie ich im letzten Jahr 50 Jahre alt geworden. Und deine Werte, das sagst du ja oft in den Vorträgen, sind Wahrheit, Mut und Liebe. Und über das Thema MUT wollen wir heute im Besonderen sprechen, weil wir eben als MUTIGMACHER-Verein auch gerade das Thema MUT im Blick haben. Und ja, aktuell ist es ja auch gerade, um deine Person gerade entsteht gerade viel Wirbel. Du machst sehr viele Vorträge, auch in Deutschland. Und einige sollen jetzt irgendwie abgesagt, gekündigt werden. Und in den Beiträgen, die man in den Medien liest, kommen ja auch wirklich sehr unschöne Vorwürfe und Anschuldigungen und Dinge, die du angeblich sagst oder Werte, die du vertrittst. Ich würde jetzt mal stellvertretend eins vorlesen, was ich bei T-Online gelesen habe. Hier steht Daniele Ganser, der sich selbst als Historiker und Friedensforscher bezeichnet, wird von mehreren Experten Holocaust-Relativierung sowie das Bedienen antisemitischer Klischees attestiert. Die Taz nannte ihn einst Verschwörungsguru. Ja, haltlose Vorwürfe, weil wir kennen uns schon lange. Ich weiß, dass das nicht stimmt. Aber sowas steht ja dann erst mal da. Wie gehst du damit um und wie bleibt man auch trotz solcher Vorwürfe mutig? Ja, es ist richtig, wenn du sagst, meine Hauptwerte sind Wahrheit, Mut und Liebe. Und die Vorwürfe kommen jetzt halt, weil ich sage, man sollte keine Waffen in die Ukraine liefern. Das sage ich immer wieder. Ich sage immer, ich verurteile die Invasion von Putin vom 24. Februar 2022. Aber ich sage eben auch, der Krieg ist nicht vor einem Jahr sozusagen ausgebrochen mit der russischen Invasion, sondern vor neun Jahren. Nämlich 2014 haben die Amerikaner eben auch im Februar einen Putsch gemacht in Kiew und die Regierung gestürzt. Das hat dazu geführt, dass sich die Krim abgespalten hat. Und das hat dazu geführt, dass es einen Bürgerkrieg gab während acht Jahren mit 10.000 Toten. Und das hat dann die russische Invasion ausgelöst. Also zuerst muss man sich einfach ganz klar sein bei den Fakten, die man kommunizieren möchte, sich meiner Meinung nach schon sehr genau einlesen. Und man muss sich sicher sein. Wenn man dann sich selber sicher ist bei einer Sache. Also ich forsche jetzt eben zu diesem Krieg in der Ukraine oder ich forsche zu den Terroranschlägen vom 11. September. Dort habe ich gesagt, dass WTC 7 eingestürzt ist, ein drittes Gebäude, dass dieses aber nicht durch ein Flugzeug getroffen wurde. Dann verlässt man eigentlich das vorgegebene Narrativ. Und dann kann es sehr gut sein, dass man diffamiert wird durch die Medien. Und wenn du fragst, ja, wie geht man dann damit um? Ich sage immer, ich frage mich dann, okay, in meiner Forschung habe ich irgendetwas übersehen, ist hier ein Sachargument. Aber in den Zeitungsberichten, wo ich einfach nur beleidigt werde und diffamiert werde, sind keine Sachargumente. Weil ich würde immer raten, wenn ein anderer Mensch eine Kritik anbringt und es ist aber ein Sachargument drin, dann soll man das auf jeden Fall ernst nehmen und lernen und sozusagen sich verbessern. Aber wenn ein anderer Mensch einen nur beleidigt und sagt, ja, du bist ein Idiot oder du bist ein Verschwörungstheoretiker oder da hieß es Verschwörungstheoretiker. Nachdem ich gesagt habe, wir wurden nicht richtig informiert zu den Terroranschlägen vom 11. September oder jetzt, wenn ich sage, nicht nur die Invasion von Putin ist illegal, sondern auch der Putsch von Obama von 2014. Dann heißt es sofort, du bist ein Putin-Versteher. Und weil ich während der Corona-Impfung gesagt habe, ich vertraue der Impfung nicht, ich mache diese Impfung nicht, dann hieß es, du bist ein Co-Idiot. Das heißt, ich habe diese ganzen Abwertungen eigentlich durch. Und ich glaube, wenn man sich dann einfach beruhigt und sagt, nein, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es WTC7 gab. Oder nein, ich bin trotzdem der Meinung, dass ich das Recht habe, mich gegen die Impfung zu entscheiden. Oder nein, es gab aber diesen Putsch in der Ukraine 2014. Wenn man da auf Granit steht, ja, wenn man da richtig sicher ist, dann sind diese Diffamierungen nicht so wichtig, weil sie sind wie Schall und Rauch. Das heißt, an der Stelle sind ja sozusagen Mut und Wahrheit sehr eng miteinander verkoppelt, weil man forscht nach der Wahrheit und guckst, recherchiert vielleicht nochmal, ja, doch, das war wirklich so. Da ist wirklich auch das WTC7 ist runtergegangen am 11. September. Dadurch entsteht dann der Mut, weil man eben auf diesem, wie du es gesagt hast, gerade auf diesem harten Granit auf festem Boden steht und daraus eben den Mut dann auch nehmen kann, dass man weiß, man bewegt sich auf dem Boden der Wahrheit. Genau, also das ist der Punkt. Also der Mut braucht unbedingt die Wahrheit als Stütze, weil Sophie Scholl hat sich ja im Dritten Reich gegen Hitler gewendet, zusammen mit ihrem Bruder Hans. Und sie haben einfach gesagt, dieser ganze Krieg, das ist einfach ein Wahnsinn. Wir sollten ihn, wir sollten ihn aufhören. Und das war schon zu einer Zeit, weißt du, wo immer mehr deutsche Soldaten verheizt wurden und dann haben sie Flugblätter verteilt in München. Sie hatten die Wahrheit auf ihrer Seite. Der Krieg war auch damals ein Wahnsinn, wurden dann aber festgenommen und wurden enthauptet. Das heißt, auch wenn du die Wahrheit auf deiner Seite hast, kann es sein, dass du getötet wirst. Und das hat Sophie Scholl und Hans Scholl erlebt. Oder Mahatma Gandhi hat in Indien eigentlich gesagt, ja, die Muslims und die Hindus, die dürfen sich gegenseitig nicht töten. Nachdem die Briten sozusagen sich zurückgezogen hatten, haben sie ja Indien geteilt, dann in Pakistan, in Bangladeschen und in Indien. Das hat zu großen Spannungen zwischen den Religionsgruppen geführt, weil die Leute auch umsiedeln mussten und so weiter. Und dann hat sich Gandhi hingestellt und gesagt, hört auf, euch zu töten. Am Schluss wurde er von einem hindischen Nationalisten getötet. Das heißt, es ist sehr wichtig, mutig zu sein und sich hinzustellen. Und jetzt, wenn ich diese zwei extremen Beispiele genommen habe, Sophie Scholl und Mahatma Gandhi, die beide durch Gewalt umgebracht wurden, denken die Leute, ah, dann werden die Mutigen werden dann umgebracht. Das will ich auf keinen Fall sagen. Ich glaube, die Mutigen ziehen dann andere Menschen an, die auch mutig sind. So haben wir uns ja kennengelernt. Es ist einfach ein super spannendes Leben. Man trifft wirklich auf mutige Menschen. Jeder in seinem Gebiet. Die einen sind in der Öffentlichkeit, wie ich. Andere sind extrem mutig, aber nicht sehr sichtbar, aber extrem mutig. Und dann entsteht eine Wertschätzung. Und wenn man sich so fragt, ja, zwischen jetzt und dem Moment, wo ich sterben werde, man weiß ja nicht, wann man sterben wird, möchte ich da noch Menschen treffen, die mutig sind oder möchte ich vor allem Dückmäuser treffen oder Leute, die halt nur im Mainstream sozusagen mitschwimmen. Und für mich ist es ganz klar, ich möchte mit den Mutigen sein. Das ist einfach das spannende Leben. Und das erfahre ich selber als große Bereicherung. Also kann ich absolut auch bestätigen. Und diesen Satz finde ich sehr schön. Also das ist ja quasi, die mutigen Menschen haben das spannendere Leben. Und das würde ich genau, wie gesagt, auch so unterschreiben. Das stimmt. Nochmal ganz kurz zu diesen Diffamierungen, die wir jetzt entgegenschlagen. Weil das ist ja schon so, dass man einfach weiß, okay, diese Medien haben natürlich eine sehr, sehr große Reichweite. Und es werden hunderttausende Menschen damit erreicht. Da ist es ja wirklich jetzt der Punkt, wo man sagt, ja, ich weiß, das stimmt nicht. Aber trotzdem weiß man ja, ganz viele Menschen sehen das jetzt nicht so. Und das, also ich glaube, da gehört dann eben ja nochmal dieses, diese Extraportion Mut dazu zu sagen, ich mache aber weiter. Weil die andere Option wäre zu sagen, okay, ich ziehe mich zurück, ich höre auf. Ich beuge mich dem Druck. Aber du bist da eben gar nicht so. Du sagst, nein, das ist mir also nicht egal. Aber sozusagen ich weiß, dass ich auf dem Boden der Wahrheit stehe und mache eben weiter. Wo nimmst du diesen Mut her, dass du sagst, ich mache jetzt wirklich einfach weiter? Ja, also ich schaue dann an, wo kommen eigentlich diese Anschuldigen her? Und dann habe ich gesehen, dass ich in einem Interview gesagt habe, während der Corona-Pandemie wurde gespalten in Geimpfte und Ungeimpfte. Und das halte ich eben für falsch. Ich habe dann vor einem Plakat, ich habe ein Interview vor diesem Plakat gegeben und gesagt, wir sind eine Menschheitsfamilie, wir sollten uns nicht spalten lassen. Und ich habe dann auch gesagt, ja, also im Dritten Reich wurde gespalten zwischen Juden und Nichtjuden. Und bei Pol Pot in Kambodscha wurde gespalten zwischen Oberschicht und Unterschicht. Und das war einfach immer, es war immer falsch und es hat immer zu sehr viel Leid geführt. Das war meine Aussage. Und aus dem wird mir jetzt vorgeworfen, ja, das sei eine Relativierung des Holocaust. Und das ist natürlich völliger Unsinn, weil ich habe eine klare Aussage gemacht, schaut her, wir sollten uns nicht spalten lassen. Und wer das Originalzitat sehen will, der kann das sehen in diesem Film Pandem, wo ich dieses Interview gegeben habe. Und dann wird man sehen, diese ganzen Vorwürfe sind völlig haltlos. Und ich persönlich weiß es ja. Ich persönlich weiß ja, dass ich mich einsetze für den Frieden, dass ich mich einsetze für die Menschheitsfamilie, dass ich gegen Gewalt bin. Und das heißt, diese Diffamierung, die jetzt im Moment läuft, die finde ich natürlich schon unschön. Das ist klar. Niemand freut sich über Diffamierung. Aber ich lasse mich nicht durch etwas aufhalten, von dem ich weiß, dass es nur Lüge ist. Weil ich sage mir dann, die Menschen in den Kriegsgebieten, die haben es ja noch viel schlimmer. Also die amerikanischen Soldaten zum Beispiel, die im Irakkrieg im Einsatz waren, die wurden angelogen. Denen hat man gesagt, Saddam Hussein hat ABC-Waffen. Dann 2003 haben die USA den Irak angegriffen und dann haben sie dort auf die Iraker geschossen. Aber es gab ja gar keine ABC-Waffen. Zudem wurde den Soldaten gesagt, Saddam Hussein hätte etwas mit 9-11 zu tun. Das war nochmal eine Lüge. Und bei Umfragen haben viele amerikanische Soldaten gesagt, das sei der Grund 9-11, warum sie im Irak sind. Und erst später in den US haben sie dann herausgefunden, dass sie angelogen wurden. Und dann sage ich einfach, das sind diese Beispiele, wo man wirklich sieht, wenn man der Lüge folgt, dann ist das ein Weg ins Verderben. Und ich sage immer, ah okay, das sind ja alles Lügen. Und ich reg mich schon ein bisschen auf. Also weißt du, ich laufe auch nicht über das Wasser, sondern ich sage auch, ja, also gut, ich habe ein paar harte Tage und dann geht es wieder besser. Aber ich gehe dann raus in die Natur. Ich zentriere mich sehr stark in der Natur. Ich sage mir immer, es sind eigentlich wenige Menschen, die so abwertend über mich sprechen. Ich bekomme auch super viel Unterstützung. Also eben jetzt gerade in Dortmund haben wir einen Saal gemietet mit 2000 Plätzen. Es ist ausverkauft. Da zeigt sich doch, es gibt sehr viel Interesse. Dann gibt es dann wieder diese Gruppen, die versuchen, den Vortrag zu verhindern und sagen, ja, ihr dürft, man muss den Saal wieder kündigen. Und dann hat die Westfalenhalle tatsächlich den Vertrag gekündigt. Jetzt müssen wir schauen, ob wir dort trotzdem sprechen können, indem wir dem Richter sagen, bitte prüft das. Wir haben hier einen Vertrag. Und wenn der Richter sagt, ja, der Vertrag ist gültig, dann kann ich sprechen. Sonst muss ich halt an einem anderen Ort sprechen, müssen wir eine neue Halle suchen und so. Das ist alles ein bisschen anstrengend. Das ist auf jeden Fall so. Aber ich bin überhaupt nicht der Typ, der dann einknickt. Ich sage immer, ja, also die müssen ja ziemlich verzweifelt sein, wenn sie mit persönlichen Beleidigungen argumentieren und wenn sie versuchen, den Saal abzusagen. Weil eigentlich in der Kommunikation ist es so, wenn jemand gute Argumente hat, dann könnte er ja die bringen. Aber wenn er überhaupt keine Argumente mehr hat, dann muss er auf die Ebene persönliche Beleidigungen und 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 Zahl Vertrag kündigen. Ja, ja. Also wir als Mutigmacher haben uns ja eben auch diesem Thema Mut gewidmet. Und in erster Linie unser Kern ist ja, dass wir sagen, wir möchten gerne Menschen mutig machen, die ein gesellschaftlich relevantes Insiderwissen haben und sich damit noch nicht raustrauen. Aber wir möchten sie eben über diese Angstschwelle heben, dass sie sich dann auch raustrauen und dann zum Whistleblower werden. Jetzt haben wir gerade im Team so ein bisschen überlegt. Neues Jahr hat angefangen. Wo gehen wir vielleicht hin? In welche Richtung? Also wir möchten diesen Kern auf jeden Fall beibehalten. Aber wir hatten in einem Meeting, was wir jetzt hatten, kam das Thema Hoch Alltagsmut. Und wir denken, das ist eine ganz spannende Geschichte, dass wir uns dort so ein bisschen in diese Richtung ausbreiten. Vor dem Hintergrund die Frage, was würde aus deiner Sicht mit einer Gesellschaft passieren, wo insgesamt einfach mehr Mut bei den Menschen ist. Also als Beispiel einfach, denken wir ein Jahr zurück, alle mussten Maske tragen. Und vielleicht der eine oder andere hat sich vorgenommen, ich traue mich heute mal in den Supermarkt zu gehen und mal ohne Maske das mal auszuprobieren. Und dann hat ihn doch der Mut verlassen, er hat es dann nicht gemacht. Und der andere Fall eben, doch, er hat den Mut und macht es wirklich. Und lernt vielleicht zwei andere Leute kennen, die sagen, Mensch, super, dass du dich traust. Nächstes Mal traue ich mich auch. Kann natürlich auch eine negative Erfahrung geben, was auch immer. Aber zumindest steht man ja zu seinem, ja, zu seiner Meinung in dem Fall auch, dass man sagt, eine Maske bringt nichts. Also mache ich das so. Also nochmal die Frage, was denkst du, passiert mit einer Gesellschaft, wo insgesamt die Menschen wieder mehr Mut bekommen, also diesen Alltagsmut, nicht den Mut aus dem Flugzeug mit dem Fallschirm zu springen, sondern wirklich im Alltag den Mut eben zu seiner Meinung, zu seinen Werten auch wirklich zu stehen in jeder Situation, auch in der Diskussion, wenn es über den Krieg geht, dass man dann auch zu seiner Meinung steht und sagt, ich finde Waffenlieferungen nicht in Ordnung, es ist nicht gut, es verlängert den Krieg, es verlängert das Leid. Das sind ja genau die Situationen, wo viele dann eben diesen Alltagsmut vielleicht nicht haben. Und da wollen wir ansetzen, zu gucken, dass wir in der gesamten Gesellschaft, also bei vielen Menschen und dadurch in der gesamten Gesellschaft, dieses Mutlevel sozusagen ein bisschen hochsetzen. Was denkst du darüber und wie schätzt du das ein, was passiert mit einer Gesellschaft, wo mehr Mut wieder vorhanden ist? Also ich glaube, Harte, eine Gesellschaft, wo mehr Menschen mutig sind, entwickelt sich einfach ein besseres Feld. Weißt du, Mut ist ansteckend, wie ein Lächeln. Ja, wenn jemand lächelt, ist es irgendwie auch ansteckend. Ein kleines Kind, das lächelt, alle schauen an, dann schaust du die Leute an, die das kleine Kind anschauen, ja dann lächeln die auch. Dann denkst du, den habe ich aber seit zwei Jahren nicht mehr Lächeln sehen. Das ist schön, wie der ein kleines Kind. Und es ist ja auch so, wenn jemand gähnt, weil er müde ist, oder? Das ist auch ansteckend. Das heisst, alles ist ansteckend. Und die Menschen sind soziale Lebewesen, die beobachten sehr genau, was machen die anderen. Und wenn einer mutig ist, zum Beispiel keine Maske trägt im Supermarkt, weil er eben denkt, die Maske bringt nichts, dann ist das ja seine Überzeugung. Und wenn das ein anderer sieht, der hat auch nicht die Maske an, dann lächeln die sich an. Die lächeln sich zu, das habe ich erlebt. Und natürlich gibt es dann auch böse Blicke von denen, die denken, man muss doch die Maske tragen. Und ich sage, wenn jemand denkt, die Maske hilft, und er glaubt das wirklich, dann soll er das auch tun. Das ist ja dann auch mutig. Es sind zum Beispiel auch Menschen zu meinen Vorträgen gekommen, die haben die Maske getragen, waren dann aber die Minderheit, weil jetzt ist ja keine Maskenpflicht mehr. Und die haben mir dann nachgeschrieben, ja Herr Garns, Sie sagen immer Menschheitsfamilie, aber die Leute im Vortrag waren nicht sehr tolerant, dass ich Maske getragen habe. Und dann ist eigentlich das die mutige Person, die der Minderheit noch die Maske trägt, weil sie persönlich davon überzeugt ist. Es ist nicht so, dass man immer sagen kann, was ist die Wahrheit, sondern jeder hat einen Blick auf die Welt, jeder hat nur sozusagen perspektivisches Sehen. Und ich glaube jetzt persönlich, dass diese Impfung nicht vor Ansteckung schützt, war meine Überzeugung, darum habe ich nicht geimpft. Und die Diskussion jetzt zeigt jetzt auch, dass das eigentlich die Tatsache ist, also dass tatsächlich die Impfung die Übertragung des Virus überhaupt nicht verhindert. Das wurde aber damals von der Schweiz zum Beispiel vom Bundesrat Alain Berset gesagt, das war unser Gesundheitsminister, der hat gesagt, wer geimpft ist, ist nicht mehr ansteckend. Der zeigt, wer 2G hat, zeigt, dass er nicht ansteckend ist. Aber jetzt hören wir, es ist nicht die Wahrheit. Und darum, wenn du sagst, in einer Runde zu sagen, ich bin aber gegen Waffenlieferungen, ich bin dagegen, dass Olaf Scholz den Leopard-Panzer in die Ukraine liefert, weil dann werden die Russen noch mehr Waffen bringen und am Schluss gibt es einfach ein Wettrüsten. Wenn man das in einer Gruppe sagt, wo, sagen wir mal, acht Menschen zusammenkommen und sieben Menschen sagen, ja, unbedingt, man muss jetzt Putin bekämpfen und Zelensky aufrüsten, ja, dann braucht es wirklich Mut, wenn man dann die achte Person ist, sagt, nein, ich sehe das eigentlich nicht so, ich habe eine andere Meinung. Und das braucht, in dem Moment braucht es Mut. Aber ich möchte vielleicht auch allen sagen, es ist wie bei allem im Leben, es ist ein Training. Es ist ein Training. Ich habe mal ein Jahr kalt geduscht, einfach um diesen Schock zu trainieren, weil der Körper inklusive Haare waschen, ein ganzes Jahr. Jetzt bin ich wieder bei den Warmduschen, muss ich zugeben. Aber es ist einfach eine schöne Übung, das mal zu machen, weil es ist interessant, dass man dieses Stresslevel natürlich hat, bevor man unter die kalte Dusche geht. Aber wenn man es immer wieder macht, immer wieder macht, irgendwann weiß man, ja, es passiert gar nicht viel und es ist sehr erfrischend und es stärkt die Nerven. Und wenn man auch immer wieder mutig ist, ich meine, ich sehe es ja auch bei dir und bei anderen, wenn wir das immer wieder machen, ist es nicht mehr so schwierig. Geht es dir nicht auch so? Mit der Zeit ist es einfach, man denkt, ja, doch, ich kann eine Minderheitsposition vertreten und ich bleibe trotzdem freundlich. Genau, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass sozusagen das wirklich ein Training ist, dass sozusagen mit jedem Step, den man macht, wird es beim nächsten Mal leichter und man schafft vielleicht einen größeren Step. Auch noch von mir eine kleine Anekdote zum Thema Mut. Das ist so ein bisschen, also wie dein Kaltduschen-Beispiel, wie wenn man ein Interview mit Daniele vereinbaren will und Daniele sagt, ja, in einer Viertelstunde können wir starten und dann geht es plötzlich ganz schnell. Da gehört dann auch ein bisschen Mut noch dazu. Ja, das sind die Dinge, also wenn man einfach öfters mutig ist, wird es einfacher mit der Zeit. Das möchte ich wirklich allen Menschen sagen, die sagen, ja, ich habe jetzt 30 Jahre mit dem System verbracht, ich sage einfach nichts, oder? Dieses System, ich denke zwar, aber ich weiß, die anderen sehen ja nicht, was ich denke und so bin ich gut durchs Leben gekommen. Da sage ich einfach, ja klar, so kann man, das kann man so machen. Ich möchte auch niemanden verurteilen, der das so tut. Aber ich möchte davor warnen, dass man dann natürlich nie sein ganzes Potenzial ausschöpft, ja, weil man hätte tatsächlich die Fähigkeit, viel mehr Erfahrungen zu machen, viel mehr in die eigene Kraft zu kommen. Und ja, wenn man, wenn man, sagen wir mal, wenn man 75 wird, hat man etwa 26.000 Tage. Man hat, ob man überhaupt so alt wird, ist ja auch unklar, aber wäre mal das Budget, dass man sich so vorstellen kann, okay, ich habe 26.000 Tage. Wenn man sich das umrechnet in Euro, ja, 26.000 Euro fürs ganze Leben, das würde ja nie und nimmer reichen. Und dann merkt man, ah, die Anzahl Tage ist beschränkt, ja. Und dann ist ja eigentlich immer die Frage, also bei mir war es so, ich war an der Universität angestellt, ich hatte einen guten Lohn, ich hatte eine gute soziale Stellung und das sind eigentlich die zwei Dinge, die die Menschen immer verteidigen, den Lohn und die soziale Stellung. Und dann in diesem Moment etwas zu sagen, das jetzt nicht dem Mainstream entspricht. Also bei mir war es eben, dass ich gesagt habe, die Terroranschläge vom 11. September haben, ja, das war Lüge, wir wurden nicht richtig informiert, WTC7 wurde gesprengt, ja. Das hat einfach einen riesen Knall gegeben. Und dann hat man vor allem Angst, das Geld zu verlieren und den guten Ruf. Das sind die zwei Ängste, die dann sofort kommen. Aber wenn man da durchgeht, merkt man, ach nein, es ist nicht so, dass man sich in Luft auflöst, man trifft sehr interessante Menschen und es tun sich dann einfach neue Wege auf, die sich aber nicht aufgetan hätten, wäre man nicht mutig gewesen. Und darum kann ich eigentlich alle nur ermuntern, diesen Schritt zu gehen. Ich möchte nicht sozusagen Märchen erzählen und sagen, danach ist es einfach einfach. Das ist nicht so. Es gibt natürlich, es gibt dann angespannte Situationen oder es gibt Kommunikation, die sicher anspruchsvoll ist, aber man wächst dann in das eigene Potenzial hinein. Und wenn man dann am Schluss, kurz bevor man stirbt, auf dem Bett liegt und sich nicht mehr bewegen kann und vielleicht auch nicht mehr sprechen kann und nicht mehr gut sieht und nicht mehr gut hört, was auch immer, ja dann ist zu spät zu sagen, oh, ich hätte doch mal mutig sein können. Weil das ist zu spät. Und dann hat man aber keine no regrets, wie sagt man auf Englisch? Kein Bedauern. Kein Bedauern, genau. Man hat kein Bedauern und sagt, oh, ich wollte eigentlich ein mutiges Leben führen und jetzt habe ich mich immer nur geduckt. Das ist jetzt eigentlich, das ist doch schade. Sondern dann sagt man, ja, es gab die eine oder andere schwierige Situation, aber immerhin, ich bin mutig geblieben und ich war meinen Werten treu. Also Liebe, Wahrheit und Mut sind einfach unglaublich starke Werte. Das bedeutet nicht, dass man die immer jeden Tag 24-7, also 24 Stunden, sieben Tage und das das ganze Leben erfüllen kann. Aber man sieht dann, ah, jetzt war ich ein bisschen entfernt von der Liebe, da war ich in einem Streit oder ah, jetzt war ich ein bisschen entfernt vom Mut, da habe ich mich ein bisschen gedückt. Aber man erkennt dann sofort, ja, wie die Lage ist. Ja, also wir haben ja mit vielen mutigen Menschen auch zu tun gehabt in unserer Zeit jetzt mit Mutigmacher und das ist wirklich die durchgängige Aussage, es lohnt sich, es hat sich gelohnt. Also ganz viele Menschen, die eben sehr mutig geworden sind, die haben zwar, genau wie du sagst, das ist dann nicht irgendwie leicht, also es ist dadurch nicht leicht, sondern es ist dann auch ein bisschen schwierig und das ist auch mal ein bisschen eine harte Phase, durch die man muss. Aber jeder hat am Schluss gesagt, es hat sich gelohnt, ich würde es wieder machen. Das ist das Entscheidende, man steht eben zu seinen Werten, das hat ja dann noch nachher was mit Gesundheit zu tun, dass man glaube ich auch viel gesünder lebt, wenn man eben da zu seinen Werten steht und sich nicht selber sozusagen verleugnet. Ja. Und das ist wirklich die durchgängige Aussage, die wir von allen diesen Menschen hören. Also in einem Satz zusammengefasst, mutig sein lohnt sich, glaube ich, das kannst du da genauso unterschreiben. 100 Prozent, 100 Prozent hart. Also mutig sein lohnt sich und zwar nicht im Sinne von dann werde ich reicher, ich habe nicht sofort Geld auf dem Konto. Wenn die Menschen lohnen, nur im Sinn von monetär Aussagen, das nicht. Aber weißt du, wir haben ja auch Depressionen, wir haben Suizid, wir haben Burnout, also psychische Krankheiten. Und mutig sein ist einfach ein Prozess, um sozusagen ein sinnvolles Leben zu führen. Ja. Man steht zu seinen Werten, man artikuliert das auch immer im Respekt für andere Werte. Weißt du, es gibt, der eine ist Vegetarier, der andere ist Veganer, der dritte ist Fleisch. Es braucht Respekt, ja. Es soll da nicht sein, dass der eine sagt, ich habe die ganze Wahrheit gepachtet. Und wir haben vorher über Wahrheit gesprochen, aber es darf kein totalitärer Anspruch sein, so im Sinn von du musst das auch tun, ja. Sondern es geht eben darum, dass man friedlich für seine Überzeugung einsteht, aber auch respektiert, dass der andere eine andere Überzeugung hat. Und wer das tut, wer das wirklich tut, das ist ein sinnstiftender Akt im eigenen Leben. Man sagt dann, okay, ja, ich kann mir in den Spiegel schauen, im Sinn von, ich bin mit mir im Reinen. Ja, ich habe mich da nicht irgendwie von meinen Werten wegbewegt oder vielleicht so, wenn ich mich von meinen Werten wegbewegt habe, habe ich mich daran erinnert und habe mich wieder zu den Werten zurückgefunden. Ja, es gibt ja auch sozusagen Mörder, die jemanden getötet haben. Dann sagen sie, ah, dann habe ich aber den Wert der Liebe eigentlich verraten oder Vergewaltiger, die jemanden vergewaltigt haben. Das heißt ja nicht, dass die nicht mutig werden können. Jeder hat immer die Zeit in seinem Leben zu sagen, was auch immer passiert ist, ist passiert. Aber jetzt möchte ich mich an diesen Werten orientieren. Und da gibt es wunderbare Geschichten von Menschen, die dann zurückgehen zu der Familie oder zu den Opfern ihrer Taten und sich entschuldigen zum Beispiel und sagen, schaut her, ich habe mein Leben ganz neu ausgerichtet. Ich war damals in dieser Phase, ich weiß nicht, warum, aber ich blicke jetzt zurück und ich gehe einen ganz anderen Weg und ich möchte einfach mit euch ins Reine kommen und das besprechen. Und das braucht riesengroßen Mut. Das braucht richtig großen Mut. Manchmal ist wirklich mit jemandem das Gespräch zu suchen viel, viel mutiger als die Waffe zu nehmen und hinter einem Baum hervor andere zu erschießen, was ja eben in den Kriegen passiert. Und darum engagiere ich mich so gegen die Kriege. Und ich finde es sehr wichtig, dass man gerade jetzt in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich, aus dem Jahre 2023, ist ein guter Moment, um mutig zu sein. Sehr schön. Du hast auch gerade einen schönen Satz gesagt, den würde ich auch als Schlusssatz gerne nochmal wiederholen. Mutig sein ist ein Prozess, ein sinnvolles Leben zu leben. Und das glaube ich, das trifft es dann ganz gut. Das fasst das Ganze nochmal sehr schön zusammen. Also mutig sein lohnt sich eben für ein sinnvolles, auch ein spannendes Leben. Und wie gesagt, wir bei Mutigmacher werden uns jetzt verstärkt auf diesem Thema Alltagsmut nochmal widmen in der nächsten Zeit. Und ich denke, vielleicht wird das Jahr 2023 dann das Jahr des Mutes werden. Wir werden dafür viel machen. Daniele, ganz, ganz lieben Dank, dass das spontan geklappt hat. Dir ganz viel Erfolg weiter, auch jetzt bei den anstehenden Dingen rund um die Vorträge. Ich hoffe, dass alle Vorträge so stattfinden, wie geplant. Da werden wir uns sicherlich auch mal wiedersehen. Und ja, liebe Community, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben es alles gesagt. Bleibt mutig. Mutig sein lohnt sich. Es ist das spannende Leben. Bis bald. Bis bald. Danke.